Guido Lemrecht ist ein deutscher Theater- und Filmschauspieler. Leben Guido Lemrecht absolvierte 1988 bis 1992 ein Schauspielstudium an der Hochschule für Schauspielkunst Hans Otto in Leipzig. Engagements führten ihn U.A. ans Schauspiel Leipzig, ans Bayerischen Staatsschauspiel München, an die Volksbühne Berlin, das Schauspielhaus Hamburg und das Zentraltheater Leipzig. Aktuell ist er festes Ensemble-Mitglied am Schauspiel Köln. Preise Er erhielt den Solo-Darstellerpreis beim Schauspielschultreffen 1991 in Hamburg. Mehrfach wurde er zum Schauspieler des Jahres nominiert. Zuletzt 2010 Leipziger Theaterpreis 2010 Theaterrollen Jorgos in Katzlmacher von Rainer Werner Fassbinder Schauspielhaus Leipzig Regie G. Kaiser Zocco in Roberto Zocco von Bernhard Marie Koltes Schauspielhaus Leipzig Regie Pierre Walter-Pulitz Claire in die Zofen von Jean Genet Schauspielhaus Leipzig Regie Pierre Walter-Pulitz Oswald in Gespenster von Henrik Ibsen Volksbühne Berlin Regie Sebastian Hartmann Heinz in Phoenix Schauspielhaus Hamburg Regie Studio Braun H. Wagner im Tod eines Handlungsreisenden von Arthur Miller Bayerisches Staatsschauspiel Regie Tina Lanik Eisenring in Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch Deutsches Schauspielhaus Hamburg Regie Sebastian Hartmann Mann in Publikumsbeschimpfung von Peter Handke Deutsches Schauspielhaus Hamburg Regie Sebastian Hartmann Cassio in Adelo von Shakespeare Deutsches Schauspielhaus Hamburg Regie Stefan Pucher Ernst in Mutter Küsters Fahrt zum Himmel von Rainer Werner Fassbinder Maxim Gorki Theater Berlin Regie Heiko Senzt Richard in 3 Theater unterm Dach Berlin Regie Anne Lemrecht 2007 Hamler in Schockstrategie Hamler von Shakespeare Schauspiel Leipzig Regie Jorinde Dröse Jamie in eines langen Tagesreise in die Nacht von E. O'Neill Zentraltheater Leipzig Regie Sebastian Hartmann Josef K. in der Prinzess von F. Kafka Regie Christian in das Fest Zentraltheater Leipzig Regie Martina Aitner Acher-Appong Wolf in die Abschaffung der Arten Zentraltheater Leipzig Regie Martin Laberenz Hans Kastorp in der Zauberberg Zentraltheater Leipzig Regie Sebastian Hartmann Kassierer in von Morgens bis Mitternachts Zentraltheater Leipzig Regie Christiane Pohle K. in Krieg und Frieden Ruhrfestspieler Recklinghausen Regie Sebastian Hartmann Der Vater in Habe die Irre Schauspiel Köln Regie Stefan Bachmann Erzähler in Dockville Schauspiel Köln Regie Bastian Kraft Dante in die göttliche Komödie Schauspiel Köln Regie Sebastian Baumgarten Filmografie Filme 1991 Alter Schwede 1999 Angel Express Kino 2000 Deutsches Bier Kino 2001 Ham Lakes 2005 Elsass Geburtstag 2009 Goethe Kino 2012 Wir waren Könige Kino 2015 Letzte Ausfahrt Gera 8 Stunden mit Beate Zschäpe ZDF 2015 Mörderische Kollegen Der Chef ist tot ZDF Serien 1995 Nadern 1997 Für alle Fälle Stefanie 1999 Klinikum Berlin Mitte 2004 Adelo 2004 Alpenglün 2 2005 Da kommt Kalle 2005 Tatort Atemnot 2006 Einsatz in Hamburg 2009 Polizeiruf 110 2010 Ein Fall von Liebe 2 2011 Soko Leipzig Geister 2011 Soko Wiesmar 2013 In aller Freundschaft 2013 Soko Leipzig Lucy 2015 Notruf Hafenkante 2015 Soko Wiesmar 2015 Hellendorn Soko Leipzig 27 Prophet 2015